Hallo, ich zeige euch heute eine seltene 5-malige DDR-Probe, das Goethe-Gartenhaus von 1982. Von dem guten Stück gibt es 210 Stücke. Die sind alle ursprünglich in so einer Plastikbox verausgabt, mit, hier habt ihr das Siegel dran, und verschnürt. Auf der Vorderseite ist vom Goethe das Gartenhaus. Das gibt es auch als normale polierte Platte, aber dann ist der Hintergrund mit, also der Baum, in polierter Platte. Hier ist es nur das Haus. Und auf der Rückseite habt ihr dann noch eingestempelt, das ist die 105 von dem Stück. Insgesamt, wie gesagt, gibt es 210. Und dann gibt es noch ein Zertifikat dazu. Das ist ein Papier, wo noch mal näheres erklärt wird. Und diese Probe kostet in etwa 2000 Euro bis 3000 Euro, wenn alles komplett ist und in einem einwandfreien Zustand offen. Ohne die Advice kann die Münze natürlich auch weniger kosten. So, das war das 5-mal Gartenhaus. Die Probe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.